moin neue runde planet krafta auf der suche noch silikon wieder mal was habe ich was ein der herbe nicht silikon wo ist denn das überhaupt ich suche jetzt noch mal silikon schnell mann hoffentlich kriegen wir gleich den besseren sauerstoff tank denn ich bin wieder auf dem letzten loch hier deswegen renne ich dahin was zum glück ja 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 mein mann 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 also das ist noch ziemlich einfach mit der energieversorgung und gott 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 hier so aus hier da ist so eine kiste die müssen auch mal gucken die kann man bis dann auch abbauen was war da noch drin hier die dann zurück so so angekommen der basis wir gucken jetzt erstmal was wollte ich bauen wir wollten bauen ich brauche den besseren bild das ist equipment seit das hier dem brauche ich rein theoretisch exoskelett wie krieg ich den eigentlich angezogen muss ich den jetzt warte mal ich mache mal kann ich den raus was ist eigentlich das hier okay und den tun wir equipen ebenso dann können wir den nämlich equipen und dann können wir jetzt unsere taschenlampe bauen die hier irgendwo rum fliegt also einsetzen die mit da rein setzen und sieht habe ich auch rinder bei dem ma wieso auf den boden gesetzt noch mal warte mal die konnte ich doch hier das ist doch seeds space gott seeds place this into food grow ach das ist ein food das ist ja welche haben wir ein food warte mal der generiert 2 2 vertan war immer da weg bist du eis ne du bist iron machen wir auch das iron weg habe ich ja keine seeds ne habe ich nicht aber wo krieg ich denn den food tiny her wir brauchen jetzt auf jeden fall wir bauen jetzt noch mal das ist backpack 1 wir brauchen backpack 2 da muss ich ja das ding ablegen also weg damit toll warte toll ach gott hey warte mal da machen wir es so das ist das magnesium schmeiße ich jetzt mal gerade da hin so und backpack weg backpack 2 toll wie sollte das funktionieren was braucht das ding iron silikon titanium titanium iron natürlich aber kein silikon wie soll es denn auch anders das sein magnesium haben wir und wasser haben wir nicht um es mal vorsichtig auszudrücken was schiet ist ja irgendwo eis kann das mal schnell bauen bist du silikon? hallo eis du bist silikon das ist mir jetzt aber eigentlich egal ich brauche eis weil ich habe nicht mehr viel wasser das ist natürlich wieder ganz toll hier da ist eis hier los ran schnell bauen da kommen wir nicht hoch da so ja ich weiß das ist alles nicht meine bauart aber das ist eh nur ein produkt so jetzt hier äh water bottle trinken äh backpack 2 bauen und anlegen bitte so jetzt wird da ein schuh draus so wir haben das wir haben das wir haben das und achso wir wollten ja noch was bauen und zwar hier oxygen tank 2 dann müssen wir den einsam machen silikon kobalt titanium können wir da auch äh kobalt was noch noch einmal titanium ok zack und dann machen wir mal weniger sauerstoff und hauen uns den 2er tank in die birne und flimmeln denn da dran zack 200 trotzdem brauche ich vielleicht mal so jetzt gehen wir hier warte mal schalte ich das mit f ein jawohl f wie flashlight so jetzt geht es hier rin rin in die luci ohne na so jetzt du booster hier so da ist schon mal eine kiste da kommen wir schon mal rein hier sieht aluminium space food und da kann man den nämlich mal hier schön abbauen kriegt man die materialien für so na na ich gebe jetzt kein feedback was bist du ne ich will nicht konstrukten open den mal was ist was ist das denn agility boost increased displacement ja her mit müssen wir mal gucken ob der das einem wieder gibt wenn man es aus Versehen abbaut anstatt was ist das denn nix anstatt zu öffnen so lass mal hier gucken hier ist nix hier ist nix ey du bist jetzt aber hier nicht so ein alien ding ne so dekonstrukt das wäre jetzt was wenn hier noch so ein alien gelump ding da was habe ich oh gut alles mitnehmen und dekonstrukt irgendwas was ist das nix gibt es hier ich kann nicht sagen was es gibt es gibt wenig sauerstoff verdammt ey das nervt ja ey das nervt ja aber jetzt lass doch mal gucken mal hier das licht aus so zack was haben wir denn da jetzt kann ich jetzt endlich mal was bist denn du du bist sie kann ich dich jetzt da endlich mal rein friemeln bitte jawohl die wächst auch da ja machen wir oxygen so jetzt kommt das hier food hammer was ist das da mal increase displacement speed 15% agility boost das ist ja eigentlich für mich aber wie kriege ich denn aber wie kriege ich denn diesen was ist das denn ein fenster das ist ein driller was ist das glas communication antenne receive transmission mhm ok screen transmission nuklearreaktor ok ach da hinten geht es noch weiter da habe ich gar nicht gesehen heat macht das kleine ding hinter uns oxygen macht die pflanze indoor leiter heater 2 oxygen tank 3 bei 5 veggie tube screen progress beacon exoskelett 2 aber moment hier solarpanels bei 1,0 also bei 1000 backpack two person bed what ja food grower ach da ist er warte mal ganz blöd das ist ja ein stück weit weg um es mal so auszudrücken was ist das hier wg tube 2 please the city ja 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 hitze machen wir aber o2 kriegen wir halt erst nur wir müssen noch so ein ding hier die brauchen wir ja die machen ja auch sauerstoff und irgendwie da raus und hast du nicht gesehen ich baue jetzt noch so ein teil äh ich baue jetzt noch so ein teil hier Eis und Magnesium wieso habe ich jetzt wieder das ganze Eis nicht ja wieviel von den Kisten soll ich eingebauen ähm hier oh da kommt ja das das so können aber hier mal gucken mal fabrik 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 ok was braucht das ding Eis Magnesium hammer Eis ist eher das ist Eis das Problem Magnesium hammer aber was ist das bist iron ne nehmen wir mit nehmen wir auch mal mit das wechselt was heißt das wechselt nicht genau ne wir müssen ja irgendwie eine quelle mal finden wie das gelumpe hier ist das wasser wieder ich hole mal jetzt hier Eis oder auch noch wasser machen ich komme hier drauf wie heißt das Subnautica eben habe ich Subnautica da kommt das erinnert stark daran an Subnautica du bist doch Eis ne hier ist nur der das eine Art On nur der Name eingefallen Subnautica heißt das Ding so jetzt kommen wir da unten da ist eigentlich noch eine Kiste da gehen wir jetzt noch mal gucken ich nehme das Eis auch noch mal mit und holen uns den Kram was das alles nehmen und die Kiste dekonstrakten bitte so so Eisen mitnehmen wohl da kommen wir auch zurück so da sind wir wieder ich baue jetzt so ein Ding ah ich will ja mal da gucken das gibt es doch nicht ich baue jetzt noch so einen und dann setze ich mir hier neben dran so so haben wir denn noch Pflanzen haben wir nicht auf jeden Fall machen wir das mal so wir hauen uns noch eine Water Bottle rein und ab geht der Fisch und gucken wir nochmal was hier los ist ich sage dass man da nicht noch irgendwas findet wir brauchen nämlich Seeds und Licht kann ich hier was abbauen vor allem kann man sich hier schön verlaufen das ist da ist eine Kiste äh was ist das denn Aluminium nehmen abbauen so ich will auch hier abbauen sonst kommen wir da nicht durch geht das nicht durch Mensch ah das ist ein Heater dekonstrakt Heater dekonstrakt Heater huch was war das äh ist hier noch irgendwas hier was oh was ist denn kann ich hier rein hier die ah verdammt was ist denn das ähm du bist doch so ein Seed ne ja ähm den lass ich mal da nimm den mal mit dann geh mal wir müssen sowieso zurück verliere ich eigentlich meine Klamotten wenn ich töte wenn ich töte ja wenn ich sterbe glaub nicht wenn dann rann ich halt zur Leiche zurück aber nicht verlau- pfuah nicht verlaufen hier ne hey du gehst mir auf den Sack mit Press hier bist du schon auf der Lichtlist so Wasser nehmen wir auch gleich zack und ab und rin so und Licht aus guck guck hier die wachsen die wachsen die Collagen so wir müssen jetzt aber hier was ganz anderes gucken wir hauen uns ne ne water bottle hauen wir uns noch nicht rein da ist nämlich noch Platz wir müssen aber sowas reinhauen zack sonst wird das nix so das ist Iridium hm wieso kann man das eigentlich nicht stacken verdammte Axt naja ich noch bauen scheinbar brauchen wir nicht koste nur warte mal ich kann doch aber jetzt hier achso ich hab die zwar abgebaut aber bauen kann ich sie nicht die Heater weil 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 ich äh den Bauplan ich hab so Oxygen 70 Heat 358 Pressure 436 Heat 71 was war denn da eigentlich jetzt nochmal 500 die brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich ne hier der 1,85 natürlich ein Stück hin ne das sind das so Dinger musste im im off können wir mal raus gucken gehen wir doch mal hier so ein Fenster flupp buch da Wasser hab ich hier noch Eiseneiren Eiren ähm mit den Eiren das ist wie wirklich Subnautica ne haben sie aber ziemlich abgeguckt ich hab hier kein da ist Eis machen wir gleich noch ein Water bitte machen zack so dann kriegen wir das warte mal wir haben hier äh jetzt hab's hab's aber auch mit meinem Aluminium da weg mit meinen Kisten das ist ja heftig äh Aluminium wie gut dass das ungeordnet ist das eine da drin das andere da drin und zack nochmal hier reingucken ne ohne das wird's ja nichts man muss halt mehr von diesen Dingen dann kann ich nochmal einen Driller bauen müssen wir auch wieder äh für Energieversorgung wir gehen mal hier hier so was aha 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 Silikon immer gut ach gib mir einfach alles und bauen und gucken aha sieht sieht da Fabrik ok und wir holen uns dann was ist denn jetzt hier eigentlich noch ist das Ding eigentlich auch äh andere Stockwerke kann ich hier irgendwo hoch ist hier ne Leiter krieg ich dich auf ne hier ist die Kommandozentrale kann ich hier etwas drehen ne ist ja irgendwie abgestürzt das Ding ne die gehen alle nicht auf und das hier ach das war das ja da ist noch ne Nahrungsding nehmen wir mit aha ok wir sitzen verdammt ey kann ich eigentlich nicht von diesen äh Kanülen auch mit Sauerstoff war da nicht was kann es sein dass ich mich jetzt verlaufen habe ne ein Glück das ist jetzt reine Glückssache wie hier mal raus sind wir setzen aus mit dem Licht so reden hier wir bauen einfach nochmal welche ich erinnere immer an das Ding ne wir brauchen Eis und Magnesium Eis und Magnesium so kann ich den Kram eigentlich nicht stecken ne noch ne Kiste bauen das ist ja nicht mehr feierlich ähm ok aber Moment mal Moment mal Magnesium ist doch hier irgendwo da also Eis nur und ich hab wieder da hat dann halt doch Gott hey gibt's doch nicht kann ich die stecken nö da baue ich halt so ein Ding hier dran ähm oben drüber ein Lager so erstmal alles rüber und dann gibst du mir das wichtigste wieder her und rüber so Eis bitte so hier haben wir ein bisschen Eis gesammelt und so ein Gelumpe und jetzt bauen wir noch ein Veggie stellen wir da hin bestimmt jetzt aber die Energie im Eimer ne ne ist er nicht und hauen äh das Zeugs da rein können wir noch einbauen können wir noch einbauen ja warum wir nicht machen wir ein bisschen Platz dazwischen damit wir da dran kommen und hauen das Zeug da rein Buch so was haben wir schon wieder zu wenig habe aber jede Menge Ei warte mal ich habe aber jetzt ein bisschen Eis mitgebracht eins zwei so dann mal gucken hier ähm 205 1,0 PPT 1,0 PPT was soll das sein Parts per Trillion oder what weiß ich nicht mehr lass mal hier gucken äh was haben wir denn da Oxygen nach 0,68 QQP die Sekunde ok Druck 225 mhm was haben wir denn da eigentlich noch wie sieht es denn da aus ja das war klar ich lass das nochmal hier gucken wo sind wir denn da 527 ein Stückchen das braucht jetzt aber hier die was brauchen die dann überhaupt Energie 6,5 die Energie 6,5 die Sekunde was ist denn das Energie 6,5 die Sekunde hä that powers all machines on the planet new blueprint received Veggie Tube 2 und was macht das Ding mehr oh 2 1,2 die Sekunde ja aber was macht das hier Kobalt Kobalt lass uns das doch mal warte mal äh Kobalt Kobalt bauen achso ok dann machen wir jetzt mal das hier Iron hab ich ja so pass auf und so ne so vielleicht scheiße ok ok dann halt so wir testen ne ah so hoch hier ups ok ok das da fruchteln wir hier auf einem Planeten rum machen und Terraforming kriegen wir nicht mal so ne blöde Leiter da dran ähm ne das ist zu hoch verdammt noch eins was ist denn wenn genau genau in die Mitte machen ne ne das sieht eigentlich einfach beschissen aus dann machen wir was ganz anderes dann machen wir nämlich das ach Iron warte äh geh mal her die Dinger kann man die eigentlich auch abbauen Deconstruct Living Compartment Tatsache ok wir warten jetzt er ist ja beschissen ich will jetzt den da dran will er nicht weil hier an der Wand steht ja das Gelumpe das ist ja wieder saustark und da ist das Fenster kriege ich das kann ich das Fenster eigentlich was passiert wenn ich das Ding jetzt da dran mache jetzt gucken wir mal was mit dem Fenster passiert ist wenn wir das Fenster dekonstrakten das Fenster ist weg finde ich jetzt ein bisschen blöd habe ich die Materialien für das Fenster bekommen weiß ich jetzt nicht ne äh was wollte ich eigentlich bauen achso äh warte mal ne gehts doch nicht schade ah warte mal das ist ja ne Tür ne warte mal machen wir testen die jetzt mal kann ich einfach irgendwo hinstellen richtig ich wollte die nämlich da oben drauf setzen kann ich das von hier sehen komm ich da dran ja komm ich pass auf so na ja hier steht die gerade jetzt steht sie gerade pack so Solarzelle zeig her schnelle das auch production 11,3 ja aber nur nachts ne äh tagsüber ja nur nachts genau nach 6,5 pass auf das ist bestimmt nachts weg weil es wird ja auch nacht hier wir machen aber noch was braucht der Eisen gehen wir mal Eisen bitte nee das war ja Dings Iron bitte dann ersetzt sich mal hier noch so komischen Driller hin nein ein Driller setze ich hin der soll einfach mal hier bauen soll einfach mal tun das ist gut fürs Terraforming 0,2 die Sekunde so können wir hier nochmal gucken äh Driller 1 äh ok so mhm zeig her dann haben wir das was ist das Backpack 3 bei 2,5 das ist ja bald Oxygen ist äh wir bräuchten eigentlich mehr von den Kollegen da ne hier ja was macht der please to this device to generate O2 Oxygen 1,2 die Sekunde 0,15 ja hallo ähm Iron bitte ähm Iron und Veggie Tube oh der ist ja hä die sind ja so groß ich setze ich mal da hin und da sollte man vielleicht auch eine Pflanze rein tun ne hab ich doch noch welche oder das Food Prozessor da kriegen wir nicht 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 und ich sag noch ich hab doch eine Pflanze egal sehen wir in der nächsten Folge bis dann ciao und ciao